Oh, 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 oh. Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Heute wollen wir aber etwas Neues, etwas Neues machen. Und zwar hat was mit einer Waage zu tun. Ich lege euch mal eine her. Und das ist eine Waage, die hat man früher gehabt. Heute macht man es anders. Und das Geheimnis der Waage war, sie muss im Gleichgewicht bleiben. Gleichgewicht. Das heißt, lege ich jetzt hier auf der linken Seite was rein, dann muss ich auf der rechten Seite auch was reinlegen. Und zwar genauso viel wie auf der linken Seite. Genau. Okay, also. So, auf der linken Seite muss genauso viel drin sein wie auf der rechten Seite, damit die Waage im Gleichgewicht bleibt. So, im Gleichgewicht kann man in der Mathematik das... Ist gleicher hin. Ja, das ist gleicher hin. Wir haben also ein linkes Feld. Die linke Seite von der Waage und die rechte Seite von der Waage. Rechts tun wir mal elf Münzen rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. So, dann müssen wir also auf der linken Seite auch elf hin tun. Aber zunächst tun wir mal nur drei hin, denn wir wollen es ja ein bisschen schwerer machen. Ich würde jetzt hier nicht einfach elf Münzen hinlegen. Wir tun mal nur drei hin. Und dazu tun wir zwei Becher. So. Also, was wissen wir denn? Auf der linken Seite müssen es insgesamt... Elf Münzen sein. Weil es rechts auch elf Münzen sind. Blöd jetzt. Aber wir könnten ja diese drei hier... Hier wegnehmen. Aber dann müssen wir... Hier auch wegnehmen. Weil sonst kippt es hier. Sonst kippt es hier. Also jetzt haben wir links drei weggenommen und rechts drei genommen. Und was wir jetzt sehen, wir wissen, links sind zwei Becher. In jedem Becher sind gleich viel drin. Und rechts sind acht Chips. Was wir jetzt machen, ist... Wir machen Häufchen auf der rechten Seite. Ja, wie viel Häufchen? Na, genau so viele Häufchen wie es Becher sind. Also zwei Häufchen. Jetzt teilen wir das rechts mal in zwei Häufchen. Weil das ist ja eine Geradzahl, also kann man es teilen. Kann man es schön teilen, das stimmt. Und ich muss mal so etwas noch sehen. Also jetzt haben wir hier und hier zwei Becher, wo wir wissen, dass wir, wenn wir zwei Häufchen machen, es gleich viel sind. Das ist wichtig. Und jetzt bleibt ja die Waage im Gleichgewicht, also müssen da auch in jedem Becher vier drin sein. Ganz genau. Und das prüfen wir jetzt nach. Also schütten wir mal den einen Becher aus. Vier Münzen. Ja. Die kann man hier schon mal weglegen. Ja. Und jetzt bleibt sie immer noch im Gleichgewicht. Schauen wir mal. Ja. Die Waage hat nämlich immer recht. Ja. Links vier, rechts vier. Die Lösung war also, in einem Becher liegen vier Chips. Vier Chips. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.